Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat auch mal ein bisschen geregelt, was ich auch sehr gerne habe. Und ja, dass es am Ende dann noch für ein Tor reicht, ist natürlich super schön. Und dass wir jetzt gewonnen haben und das gegen Olympique Lyon, ich glaube, jetzt können wir alle stolz sein. Alle drei Titel sind wirklich der Hammer. Also Champions League war einfach nur noch so das Pünktchen auf dem I. Da haben wir uns, ja was heißt nicht viel ausgerechnet. Klar wollten wir den Pokal holen, auf jeden Fall. Aber sind einfach, dadurch, dass wir nicht der Favorit waren, einfach gelassener in die Partie gegangen. Und wir sind umso emotionaler und wirklich besessen davon, dieses Triple jetzt geholt zu haben. Das ist Historie für den VfL und das ist der Hammer. Also ich kann das überhaupt gar nicht fassen, was wir mit dieser Mannschaft geschafft haben. Drei Titel, unser Ziel war ein Titel dieses Jahr. Wir wollten einen kleinen Anfang. Ja und jetzt haben wir alle drei grandios. Ja, es macht einfach nur Spaß und wir genießen einfach den Augenblick, den wir heute Abend dann haben. Also wir fahren jetzt gemütlich zu dieser Location, wo unsere Familien und Freunde auf uns warten, wo wir dann in Ruhe was essen und dann auch echt mal es krachen lassen. Und diese Erfolge einfach mal sacken lassen und einfach mal feiern, so wie es sich gehört. Und ja, da freuen wir uns riesig drauf. Ich drücke Borussia Dortmund die Daumen, also weil ich Dortmund-Fan bin und ja, ich denke, wir sollen die einzige deutsche Mannschaft bleiben mit drei Titeln. Ja. Und jetzt glaube ich. Und yeah. Und-ля ich euch, da ist dann auch, wenn ich hinterher. Es guckt euch. Und du hast euch jetzt illustrates, du hast dann nein Gewicht. Und mit den Leuten beaten bands auch alles lä własne. Du musst immer tun, natürlich haben die gesamte Jahr. Und dieseėgeln irgendwas đâu.